Moin moin Leute, was geht? Tosny und Rambler hier am Start bei Advanced Warfare Multiplayer Multiplayer Rambler Tosny? Meiner hat eine viel längeren als deiner Gar nicht wahr Das sieht man gar nicht Komm starte hier, ich will zocken Ja ok, ich wollte bloß ganz kurz das Menü zeigen Hier Klassen Editor, da könnt ihr euch Klassen einstellen Wir haben hier, wegen DLC haben wir schon voll coole Waffen Teilweise Eine Waffe, wow Zwei, drei, Ambrus hast du auch noch What? Ja Wo? Naja musst du gucken Warte mal, ich muss jetzt grad selber gucken Boah Alter, ich hab noch Sturmgewehre AK12 alter Nein die hab ich hier schon lange eingestellt Ich hab ne andere AK eingestellt Die andere AK12 hast du eingestellt Oh Wir haben die bloß in Gold Du Genie Wow Aber ich find grad das Dings grad gar nicht Die, die Ambrust find ich grad nicht Na egal Auf jeden Fall ja hier Na warte ich suche Seht er so Seht er, seht er, seht er Ja jetzt mach Hinnemann Und Rambler ja, der musste schon Der musste schon vorhin ne Runde spielen ja Als ich nicht da war Und deswegen ist der schon Level 5 Ich bin einfach der King of the Dooms Schweinebande Schweinebande Uli Achso was ich ganz cool finde Dass man sich seinen eigenen Soldaten hier so komplett einstellen kann Kann man? Oh scheiße Ja, na weißt du warum meiner so aussieht wie er aussieht Obitalforierte alter Alles mögliche Hose kannst du einstellen Und bla 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 Hast halt verschiedene Auswahlmöglichkeiten Und es sieht echt besser aus als los Ja komm jetzt hau halt in die Fresse und starte Ja ich denke du bist noch nicht fertig Da sind quattig hier rüber Ja komm ich fertig Ja dann los Team Deathmatch los geht's Blöde Fotze Äh, mögliche Spiele gefunden Ich hab bis jetzt nur auf einer Web gespielt Oh ja Auf Riot Ja was du mir gesendet hast ne Green Band Team Deathmatch Oh ja Grüne Bande Oh 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 Ey da ist ja voll das Mega-Aquarium Wie können in der Luft Exo ausweichen Mit dem Plünderer extra können sie bei gefallenen Feinden ihre Munition erfüllen Ja super wusste ich noch gar nicht Weil auch nicht so in den 5.000 anderen Boah ich komm rein jetzt und ich höre Uah Ich habe übrigens heute mal ähm Mal geguckt ich hab ganze 6 Stunden Multiplayer bei Ghost Gezockt Unglaublich ne Ja So los geht's Alter 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 ist das Das ist teilweise richtig übel ey Oh der wollte mich besser an Noob Oh leil ich bin tot Oh toll äh Geweckt Oh guck mal meine AK ist Gold Oh leil ich bin durch Ja meine auch Jetzt über so ein äh Geiles Ghost Symbol drauf Ghost ist scheiße Ich hab eine Granate geworfen Wo sind die alle Ich seh gar keinen ey Ich hab einfach 4 Woah Ach fuck ey Ich hab den nicht mal gesehen Stirb So Es ist bloß Was soll die scheiße Hä Ja ich hab grad eben das ist bloß gemacht Du gehst drauf Wo sind nur welche Ja und wir Wir zeigen euch heute erstmal bloß Alter ich kann nicht zielen Ähm Als erster Runde haben wir quasi Team Deathmatch Es gibt ja noch andere neue Modi Ja warum wir die euch alle meinten einander so wegspielen Ich hab ja noch ein bisschen Zeit Kann man Oh scheiße Fuhr alter Ja das hab ich mir doch gedacht Yeah Ja kam wieder infiziert ne Na gut gab's ja bei Alter bin ich dumm Ääh Bei Ghost gab's nicht mehr Ne Doch gab's auch Ja Ich weiß bloß Aber ich hab eigentlich gedacht Es gibt's hier nicht Ich wusste bloß dass es bei MW3 Das gibt's Ah scheiße ich hab mich davon gebracht Sehr gut Okay ist irgendwo einer Alter Nice Ich muss erstmal ne andere Waffen nehmen Ja die AK macht schon wegen dem wir mega damage Aber die MP ist einfach besser Ist einfach die UP Die MP hab ich noch gar nicht ausprobiert Ich bin bis jetzt Alter man leg dich doch nicht hin Fängt das hier schon an Bei dem Call of Duty man Oh Fuh ich hab mich selber umgebracht Scheiße Ach du auch? Ja Lol alter der ist einfach vor mich hingelegt Das ist voll der Tobias Alter Ja siehste Alter bist du Der war hinter mir man Boah alter Puh Alter Äh ne da kommt Lol wo kommt der denn her Diese springen ne Man wird einfach manchmal von der Seite überrascht wo keiner war Ja das ist Du musst jetzt auf alles einfach achten Ja das ist alles einfach Ach puh ey Vor allem weiß ich teilweise nicht wie die auf einmal hinter mir kommen ey das ist total Nein Total creepy Ne Vor allem sind die hinter mir und ich denk mir hä wo kommst du her man Links Nein nicht wo du jetzt herkommst Also hab ich auch schon voll auf gehabt Kannst ja hier auch über alle möglichen Mauern springen wenn du nicht zu blöd bist und dir tot springst Ja so wie ich Manchmal Ey ich hab 5,8 ey Oh man ey Oder einfach alle weg springen alter Alter wo kam er denn her Ja das ist auch schlimm ey Das ist halt auch ne gute Ausweich Taktik Nehm da einfach Nein es hat nicht funktioniert Oh man Bin da hängen geblieben Weil die meisten sind wirklich draußen wa Äh keine Ahnung Ich achte da nicht so drauf Aufstieg Alter wie schnell man tot ist ey Aufstieg krank 7 Alter du bist schon euren 7 du bist so ein kleines Nuttenkind ey Ich hab meine erste Abschlussserie freigestaltet in diesem Spiel Na so weit bin ich noch nicht Oh unbedingt Schalldämpfer Ich hab ein Geschütz freigestaltet Nice Aufstieg krank 3 Alter man kann ja anscheinend auch voll geil sprayen Hab ich grad voll festgestellt Echt? Ja Na wahrscheinlich du mit deiner mp Ich bin ja noch bei der AK Wow Nein Alter Nice du musst mal Du musst beim Mausrad äh drücken Da kommt voll was geiles ey Ich schieß dir so ne So ne Granate aus dem Arm Ja das ist die Granate Die Neumodernische Oh nice wir haben gewonnen GG Jawohl GG 8 zu 11 Jawohl Lola geile Granate Von wem waren die? Ich hab 13,9 Hm 13,9 Level 8 Ja ich bin jetzt Level 4 Ja entspann mal hier ja Ja Und war das jetzt die erste Folge? Ja das war die erste Folge Oder wollen wir noch eine machen? Ne das war die erste Folge Okay Wir bedanken uns fürs zuschauen Das war Team Deathmatch Walund und äh, Nächste Also Morgen kommt eine neue Runde Wir bitten die die 아닌Mo constitution Er Episode 2 Arbeitedeutung für war Und ich haben Ja, den kannst du mir einstellen. Achso, in real life. Ja, ich stelle mir in real life einen Helm ein. Löff bei dir. Ja, kannst du nicht oder was? Belettern Sie in der Spieleübersicht nach links und rechts für detaillierte Informationen. So, und hier seht ihr schon, ja, wir haben die AK12G, also in Gold, ja. Meine Textur ist grad voll schwammig eingestellt, sich gerade. Wieso? Das war vorher nicht so. Achso, jetzt müsste ich eigentlich noch mal mit der AK12 spielen, ne? Na egal, ich spiele jetzt erstmal mit der anderen. Die Textur ist voll schwammig eingestellt, Alter. Ja, stimmt. Ja, manche, manche sind aber wirklich mega schwammig hier, wenn du, wenn du jetzt hier mal so auf eine Wand guckst, Alter, das geht gar nicht, ey. Aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Ja, wahrscheinlich. Hier gibt es bestimmt schon mega Cracks, die genau wissen, wo sie langspringen müssen. Wenn ich, das ist hier die Frage. Ach, diese, diese AR-Dings hier ist ne, ist ne Seidenwaffe. Ja, ach nee. Ja, wusste ich nicht, Mann. Und der Bombe ist online, was? Wie jetzt, Mann? Scheiße. Wie lol, Alter. Hab ich voll weggeholt. Alter, ich treff mit der gar nix. Okay, erstmal wieder AK12 hier nehmen. Jawohl, ich hab einen geschlagen. Ich weiß nicht, dann wurde ich geschlagen. Pfff. Geschlagen? Oh, der spielt für Raketenwerfer, ernsthaft? Raketenwerfer? Genau, äh, hier, ähm, das ist ein Messer, hier in dem Spiel. Achso. Aufstieg Rang 5, jawohl. Jetzt grad mal ein Kill, Alter. Ja, ich komm hier von, von hinten. Manchmal, manchmal kommen die von Seiten, wo ich sie nicht erwartet hab. Und die haben vor allem hier gelbe Blut, ne? Ja. Alter, Volltreffer, jawohl. Nein, kommt der mit seiner Pistol an. So, nicht mein Freundchen. Alter, schon wieder EMP? Alter, das kann nicht wahr sein. Ja, einer von uns, ne? Ja, ja. Aber gut, da steht 14 Einfluss bei dem. Alter, wie der mich weggeholt hat, ey. Alter. Ich bin grad so schlecht, ich mag die Map nicht. Ne, die Map ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die ist am Anfang. LOL. Ich würde mir das halt voll weggeholt, Alter. Das hatte ich aber auch schon ein paar Mal, ey. Das ist ein Visier, Alter. Was für ein Visier? Der, nee, was der Typ, der gerade hatte. Der mich gerade getötet hat. Alter, kommt der mit der Kimbo an, ey. Nein, ich konnte nicht nachladen. Ach, wie öde. Alter, wie viel schlucken die bitte schön, teilweise? Ja, teilweise ist das echt krass. Nein, ich bin aufs Haus nicht draufgekommen. Ich war zu... nicht springend genug fähig. Nein, Alter, ich krieg' einfach keinen Kill. Nee? Ich hab... 2-7. Was? Unsere Drohne ist online. Wir gewinnen! Wir gewinnen! Oh, leu, die Granate! Ich krieg' wieder einen. Alter! Wieso kacke ich in der Runde jetzt ab? In der letzten Runde war ich voll gut. Ja, das ist schon allerdings. Aber diese Runde scheint nicht deins zu sein. Und jetzt schon auf einmal ein Interview. What the fuck, ey? Unsere Drohne ist online. Ach, geh doch drauf! Ist jetzt schon wieder einer hinter mir. Wo kommen die her? Alter. Alter, will er mich verarschen? Geh da drauf, ey. Jawohl, das ist voll die gute Runde, ey. Nein, ich hab' nicht mehr weg. Nein. Komm, noch nicht mein Assist, ey. Wie macht man denn seine, seine... Boah. Wie macht man seine Unterstützung eigentlich? Also die, äh... Club-Serien? Ja. Äh, mit den Zahlen, wie früher auch. Wo, ich hab' glaub' ich schon eine? Nee. Ich glaub' ich hab' noch gar keine. Lol. Alter. Ach, komm! Wie hat der mich denn bitte weggeholt, ey? Wie war' mit der Laserwaffe? Mit der Laserwaffe? Ich könnte eigentlich mal mit der, mit der MP spielen. Obwohl, ist eigentlich auch gleich vorbei. Lohnt sich nicht, mach' ich nicht so runter. Boah, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Laserwaffe so gut ist. Ich, ja, anscheinend auch nicht. Alter. Ich hab' zwei Kills. Was? Oh, Mann, ey. Echt jetzt? Ja, ich hab' einfach nichts bekommen. Ich hab' zehn, dreizehn. Naja, geht ja wenigstens. Zwei Kills, ey, das ist ja quasi nothing. Ja, und damit bedanken wir uns fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr Bock habt. Äh, morgen nächste Folge, dann anderer Spielmodus. Also, bis dann, Freunde, haut da rein. Tschüss! Tschüss! ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄbIELZ! Vielen Dank.